Hallo Herr Jonas, Sie sind für die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen in Berlin zuständig für den Dialogprozess Tempelhofer Feld. Herr Jonas, für den Dialogprozess wurden 275 Teilnehmende aus Berlin und Umgebung ausgewählt, um in den Dialogwerkstätten aktiv mitzuwirken und Ideen zu entwickeln. Wie kam es zu dieser Festlegung, zu dieser Zahl? Uns war relativ früh klar, dass wir ein Verfahren machen möchten mit einer Zufallsauswahl von Menschen. Der allererste Gedanke war tatsächlich etwa 500 Personen auszuwählen. Dann haben wir Recherchen gemacht und haben festgestellt, dass doch die meisten Großgruppenverfahren mit zufallsausgewählten Gruppen tatsächlich deutlich kleiner sind und haben so ein bisschen auch die Rückmeldung auch bekommen, macht mal besser 250, das ist auch gut, das schmälert jetzt nicht die Güte der Ergebnisse und ist aber am Ende so vom Aufwand schon erkennbar, überschaubarer und auch einfacher dann auch durchzuführen. Und dann haben wir gesagt, ja so 250 klingt ganz gut und ziemlich gegen Schluss haben wir uns noch mal ein kleines bisschen aufgestockt, haben gesagt noch mal 25 obendrauf, weil wir gemerkt haben, diesen Auswahlprozess, wenn wir den beenden, bis dann die ersten Dialogwerkstätten kommen, vergehen so zwei, drei Monate. Das ist halbwegs, ist schon ein kleiner Abstand und das kann sein, dass da noch mal ein paar Menschen abspringen. So kam dann die Zahl 275 zustande und war aber auch sehr schnell klar, wir können diese Auswahl nicht alleine machen, sondern wir brauchen da auch eine professionelle Unterstützung. Wir wollen auch einen unabhängigen Dienstleister, damit auch sichergestellt ist, dass wir da jetzt nicht irgendwie handgepickt die Leute uns raussuchen, sondern dass das schon tatsächlich wirklich eine Zufallsauswahl ist. Und wir haben dann über die Tempo of Projekt eine Ausschreibung gestartet und haben darüber dann den Bieter, die ISR GmbH, gefunden, die dann für uns diese Zufallsauswahl dann auch durchgeführt hat. Wie viele Menschen sind denn ursprünglich ganz am Anfang dann angeschrieben worden? Ja, wir haben überlegt, man muss wissen, in Deutschland sind das immer so fünf, sechs, sieben Prozent etwa geschätzt, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, die sich üblicherweise auch so anschreiben. Bitte machen Sie mit, wir laden Sie ein, zurückmelden. Das ist halt einfach deutschlandspezifisch, in anderen Ländern ist das mehr, aber in Deutschland sind das etwa so fünf, sechs, sieben Prozent. Und da haben wir dann geschätzt, dass es etwa 20.000 Menschen sind, die wir da anschreiben sollten, wenn wir auf diese 250, 275 Personen kommen wollen. Und vielleicht die Besonderheit noch dabei, uns war klar, dass dieses Tempelhofer Feld ja zum einen eine Gesamtberliner Bedeutung hat. Deswegen wollen wir als Senat auch dieses Verfahren auch so durchführen auf Landesebene. Das ist aber natürlich für die Menschen, die jetzt direkt in der Nachbarschaft wohnen, auch nochmal einen speziellen Zugang gibt, eine spezielle Bedeutung. Das heißt, wir haben am Ende gesagt, wir schreiben 18.000 Personen aus ganz Berlin an, aus dem Einwohnermelderegister ab 16 Jahren mit Erstwohnsitz in Berlin. Und 2.000 Personen werden nur aus den vier Nachbarschaften, die rund um das Tempelhofer Feld sind, angeschrieben. Also das ist die Tempelhofer Vorstadt in Kreuzberg, das ist die Schillerpromenade in Neukölln, das ist das sogenannte Fliegerviertel in Tempelhof und dann Tempelhof Südost. Wie kann ich mir das denn jetzt vorstellen, diese Zufallsauswahl aus dem Melderegister? Vielleicht kann man das ein bisschen plastischer beschreiben. Sitzt da jemand am Computer und geht durch und macht zack zack oder macht das am Computer? Also wie funktioniert diese erste Auswahl? Wir haben ein paar Kriterien festgelegt. Wir wollten eine geschlechtsparitätische Verteilung und wir wollten eben dann, wie gerade beschrieben, halt aus ganz Berlin Menschen anschreiben. Das hat unser Dienstleister dann an das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten gegeben und die sind sozusagen die Herren des Einwohnermelderegisters und die haben dann diese 20.000 Datensätze daraus gezogen nach diesen Kriterien. Und wie ging es dann weiter? Diese 20.000 wurden angeschrieben und dann war der nächste Schritt wahrscheinlich eine Rückmeldung. Wie war die? Genau, die haben einen Brief erhalten von unserem Senator Gebler mit einer persönlichen Einladung, der bitte sich da anzumelden und Interesse zu bekunden und das haben am Ende 996 Personen sind diesem Aufruf gefolgt. Da waren wir auch ganz zufrieden mit. Das ist eine schöne Rückmeldequote. Und dann sind wir bei dem wahrscheinlich letzten Schritt dieses Auswahlprozesses von diesen knapp 1000 Rückmeldungen. Wie kam dann die Auswahl der jetzt 275 Teilnehmenden zustande? Ja, da hat auch der Dienstleister eine Zufallsauswahl vorgenommen, eine allerdings gewichtete Zufallsauswahl. Das heißt, wir haben geschaut, wie ist die Zusammensetzung des Landes Berlins und wir haben versucht, 275 Personen nach diesen Kriterien, die wir angegeben hatten, zu finden, die dieser Zusammensetzung des Landes Berlins in der Gesamtgruppe dann in etwa entsprechen oder dem zumindest sehr nahe kommen. Wie stellen Sie sicher, dass diese 275 Teilnehmenden jetzt auch tatsächlich so ein Abbild der Stadtgesellschaft geben? Ja, das ist so ein bisschen die Frage der Repräsentativität. Man muss dazu sagen, im Grundsatz, es gibt keine Repräsentativität. Man kann sich dem so ein bisschen annähern. Und dann ist natürlich immer die Frage, welche Kriterien setzt man? Und wir haben versucht, so eine Mischung zu finden aus Kriterien, die allgemein gut nachvollziehbar sind, die auch relevant sind ja auch für das Verfahren. Gleichzeitig aber auch nicht zu viele Kriterien abzufragen, weil das halt oft auch wieder abschreckt. Also das ist so ein bisschen, da gibt es auch keine, nicht die eine richtige Antwort, da muss man einfach so eine Balance finden. Die Kriterien, die wir abgefragt haben, waren zum einen das Geschlecht, das war die Wohnadresse, das war das Alter. Das sind über das Geburtsdatum alles Dinge, die eben auch im Einwohnermelderegister stehen. Und darüber hinaus haben wir nochmal gefragt nach der Einwanderungsgeschichte der Menschen und nach dem höchsten erworbenen Bildungsabschluss. Also die Geschlechterverteilung ist jetzt so, wie sie im Land Berlin ist. Bei Bewerbungen hatten wir sogar tatsächlich ein bisschen mehr Frauen als Männer, die sich beworben haben. Da sind wir auch ganz zufrieden mit. Das ist oftmals nämlich tatsächlich andersrum. Die Altersverteilung ist relativ nah dran. Wir sind ein bisschen unter bei den Jüngsten und bei den Ältesten sind wir ein bisschen drunter. Also haben wir etwas weniger, als es jetzt in der Berliner Bevölkerung sind. Das ist aber offen gesagt eigentlich auch eine relativ typische Verteilung, was es in den meisten Beteiligungsverfahren so gibt. Einwanderungsgeschichte sind wir sehr nah dran und auch bei den Wohnorten und so weiter. Also nach den Bezirken die Verteilung. Wie gesagt, es gibt an der einen oder anderen Stelle kleine Abweichungen, aber das ist alles ein Bereich, wo wir sagen, das passt. Da sind wir sehr zufrieden mit. Also ein kleines Mini-Berlin fast. Ja, genau. Tatsächlich, das ist das Ziel. Wir wollten ein Mini-Berlin zusammen trommeln. Okay, jetzt ist ja ein wichtiges Merkmal dieses Dialogprozesses, ergebnisoffen zu sein. Inwieweit ist das denn bei den Teilnehmenden? Wie können Sie da eine Ergebnisoffenheit sicherstellen oder wie wichtig ist sie da auch? Ja, tatsächlich, die Ergebnisoffenheit ist für uns eines der zentralen Kriterien für ein gutes Beteiligungsverfahren und für dieses Beteiligungsverfahren. Was man wissen muss und das ist auch völlig in Ordnung, jede einzelne teilnehmende Person hat natürlich eine Haltung zum Tempelhofer Feld und bringt die auch mit. Das heißt also, die Erwartung kann jetzt nicht sein, dass man von Menschen erwartet, sie hätten keine Haltung oder keine Meinung zum Thema. Das wäre unrealistisch. Das Ziel oder die Ergebnisoffenheit bei den Teilnehmenden zeigt sich daran, dass man in der Gesamtgruppe am Ende idealerweise eine sehr schöne Mischung hat, dass sozusagen alle Meinungen und Auffassungen, Perspektiven, die es so gibt in der Stadtgesellschaft, eben dann auch in dieser Gruppe der 275 irgendwo vertreten sind und dort dann auch vorgebracht werden können. Jetzt sind diese Dialogwerkstätten ja in sich eher geschlossene Veranstaltungen. Wie können sich denn andere interessierte Berlinerinnen und Berliner zu diesem Prozess informieren? Ja, das war für uns, also für uns ist bewusst, dass das natürlich schon auch eine Herausforderung ist. Also wenn man so ein geschlossenes Verfahren macht, das hat bestimmte Vorteile. Wir können eben ein solches Mini-Berlin zusammenstellen. Der Nachteil ist, das muss man auch fairerweise sagen, dass es natürlich auch viele Menschen gibt, die sich gerne einbringen wollen und dann jetzt aber möglicherweise eben nicht ausgelost wurden und dann so nicht dabei sein können. Das ist eine Spannung, das wissen wir auch und das wollen wir einfach dadurch auch ausgleichen, dass wir versuchen so zeitnah, so transparent und so intensiv wie möglich auch über den Dialogprozess zu berichten und das nach außen zum Beispiel über eine eigene Internetseite dann auch immer sehr zeitnah auch transparent einfach darzustellen. Also worüber wurde gesprochen, was ist passiert? Es soll einzelne Inhalte eben medial dann auch abrufbar geben, so dass alle Interessierten, die jetzt hier nicht dabei sein können beim Verfahren, aber möglichst gut nachvollziehen können, worüber da gesprochen wird und wie da gesprochen wird. Welche Rolle spielt die Presse- und Medienberichterstattung? Ja, wir hoffen natürlich, dass die Medienberichterstattung dieses Verfahren dem, sagen wir mal, auch den Raum gibt und dem auch zugesteht, dass dort drinnen auch eine Meinungsfindung stattfinden kann und dass die Teilnehmenden auch sozusagen in der Komplexität der Debatten, die sie da führen und auch der Fragen, und das sind sehr komplexe und viele Fragen, mit denen sie sich da beschäftigen, dass das in den Medien entsprechend auch ein bisschen gewürdigt wird. Das ist schon eine ganz schöne Leistung, die die Teilnehmenden da, glaube ich, vollbringen werden. Da werden sie sich mit ziemlich vielen Themen in doch relativ kurzer Zeit sehr intensiv auseinandersetzen. Vielen Dank. Gerne.